Kittens Cove, Kapitel 1, Teil 1 Die Ankunft Es dämmerte bereits, als ich den Landsitz von meinem Onkel erreichte. In der Ferne sah man noch den Sonnenuntergang. Ein großes Tor ziehte den Eingang zum Grundstück. Rechts und links standen zwei merkwürdige Figuren mit komischen Fratzen. Sie jagten mir einen Schauer über den Rücken. Der Landsitz war mitten im Nirgendwo. Ein Haus hinter einem tiefen Wald, der zur Küste führte. Der Parkplatz war matschig, von dem vielen Regen der letzten Tage. Ich hielt an und stieg aus. War doch nicht eben ein Gesicht zu sehen, da oben am Fenster? Ach nein, sicher nur eine Täuschung. Warum steht eigentlich die Eingangstür offen und warum sieht hier alles so verlassen aus? Fragen über Fragen. Ich näherte mich der Eingangstür. Ach ja, diese schwere Tür mit ihren Holzverziehungen und Symbolen. Moment, was steht da? M? O? Ach egal, man kann es nicht mehr entziffern. Onkel, bist du da? Rief ich zweimal, doch erhielte keine Antwort. Alles sehr, sehr merkwürdig. Auf dem Boden liegt ein Zettel. Es steht Arbeitszimmer, Schreibtisch drauf. Ein Hinweis? Ich muss es herausfinden, was passiert ist. Das Haus, alles war alt, verstaubt und hätte locker als Filmkulisse für einen Vampirfilm dienen können. Besonders diese alten Holzverteflungen und wieder dieses Zeichen M. O. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sein Arbeitszimmer war oben im zweiten Stock. Ich stieg die Treppe hinauf, jede Stufe knarzte unter meinen Füßen. Da hinten am Ende des langen Korridors war das Zimmer. Auf den Wänden vor dem Zimmer schienen irgendwelche Formeln, Bandsprüche zu sein. Das Ganze wird immer mystischer. Ich betrat das Arbeitszimmer, welches eigentlich eine Bibliothek vollgepackt mit alten Büchern und komischen Dingen war. Da, sein Schreibtisch, in der Mitte lag eine Blockfüte, ein aufgeschlagenes Buch und eine weitere Notiz. Auf der stand, Wer auch immer das hier lesen mag, lauf! Lauf so schnell du kannst! Ich habe das Tor zur Hölle geöffnet und den Preis dafür gezahlt. Als ich wieder zur Tür des Raumes blickte, war diese geschlossen. Wer hatte sie zugemacht? Ende Kapitel 1